Alter, was ist gerade wahrscheinlich passiert? Er hat halt hier geschrieben, ich habe euch gerade 100 Dollar gespendet. Wie kommt man da auf Telegram? Da wurde in dem Video was er redend auf Patreon. Hey, guck mal bitte, ob das stimmt, Alter. Guck mal bitte, jetzt echt, ob das stimmt. Ja, da steht halt gerade sein Klarnamen. Guck mal bitte, nein, guck mal, halt ihn zu und guck, ob das stimmt, Alter. Wenn das stimmt, Alter. Wenn das stimmt, Alter, dann ist es. Dann ist es ernst. Dann ist es. Alter, es ist voll und offen. Da, Current Pledge. Alter. 100 Dollar. Alter, wir haben es, Alter. Alter, jetzt muss ich jetzt mal live reacten, Alter. Leute, 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 habt ihr das gehört? Wir haben auf Patreon 100 Euro bekommen. Nein. Ja. Alter. Toller. Oh, Entschuldigung. Hallo, Robin. Wer macht den Code? Wer kann nur noch den Code? Ich habe noch den Code. Da links den Code. Was geht ab? What the fuck? Danke an dich, Mr. Weed. Ich muss jetzt gerade meinen Urschrei loslassen. Aus Franz Benster. Nein, der lässt meinen Urschrei los. Wie geht denn der Urschrei? Wir filmen kurz mal unsere Neighborhood, damit die Leute uns talken können. Der Urschrei muss richtig deep, deep from your throat kommen. Okay, ich kümm mich damit nicht aus. Alter. Also, ich kümmere die Leute, 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 die Leute. nach oben.